Beste Erfindung aller Zeiten. Da war wohl jemand nicht mit den Zinsen einverstanden bei der Sparkasse hier. Heute habe ich ein richtig gutes Gefühl. Heute sind gute Spiele und wenn ich ein gutes Gefühl habe, muss ich auch riskieren. Ich habe gestern schon einen Schein gemacht, aber noch ein, zwei kleine Scheine. Memo hat auch ein gutes Gefühl. So Memo sein Schein finde ich sehr riskant. Paris Real kritisch und Leverkusen, Moskau. Memo sein Argument ist, Russen sind gut. So, wir sind jetzt noch beim Bäcker. Ich habe hier für Omi noch ein paar Kekse mitgebracht. Zack, zack. Die naschen ja immer gerne, Opa auch. Das haben wir uns gegönnt zum Naschen. Apfelsaft noch, aber als allererstes und das ist gerade im Mache, gibt es Spiegelei. Was sagst du dazu, Memo? Hast du Bock auf ein paar Eier? Hast du Bock auf ein paar Eier? War harte Eier? Nee. Nee. Digga, das Ding hier kann ich nicht im Fernse-Center bei mir. Na morgen, die machen Klamotten jetzt, Digga. Hä? Hab ich das verpasst? Ja. Ich habe lange gewartet und viele haben nachgefragt. Jetzt ist es soweit. Der Get On My Level Ring in Silber ist jetzt im Shop verfügbar. Er ist im Grunde genauso wie mein Goldring. Bloß, dass wir keine Goldringe für 1500 Euro in den Shop reintun können. Ein echt Silber mit dieser schönen Box hier. Super Weihnachtsgeschenk. Wenn ihr euch den bestellt, gibt es sogar noch eine gratis Bautasche dazu und eine handsignierte, limitierte Autogrammkarte. Also das nenne ich mal ein perfektes Weihnachtsgeschenk, oder? So sieht das Ding dann auf Bildern aus. Absolut sexy, Digga. Absolut sexy. Tabellengröße ist auch noch dabei. Also falls ihr nicht wisst, welche Größe ihr braucht. So sieht das Ganze dann aus, wie gesagt. Und zu jeder Bestellung über 50 Euro gibt es halt auch noch eine gratis Bauchtasche dazu. Und egal was ihr euch bestellt, zu jeder Bestellung, egal ob ein paar Socken, ein Ring, ein T-Shirt, zu jeder Bestellung gibt es eine handsignierte, limitierte Autogrammkarte dazu. Also das ist ohne Scheiß perfekt für Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür, jeder braucht Geschenke. Und vielleicht findet ihr was auf meiner Website. Kuss. Ich meine, nehmt mir einen YouTuber, der sowas euch bietet. Das hört sich jetzt voll abgehoben an, aber glaubt mir, in diesen Dingern steckt so viel Planung von mir, beziehungsweise von meinen Geschäftspartnern, Digga, dass es nicht mehr feierlich ist. Auch die Ringe, Digga. Mit einer Hand ist immer voll schwer, Mann. Na komm jetzt, Hund. Auch in den Dingern steckt so viel Planung und so viel Liebe. Und ich danke euch, dass ihr Liebe zurückgebt. Komm, du Idi. So, noch mal schön. Knapp eine Stunde spazieren gewesen. So, da ist die S-Klasse. Ich liebe dieses Auto, Digga. Dieses Auto liebe ich. Kino, heute noch Ruhe. Kino, das nennt man, das nennt man. Mmh. Mmh. Und so, ich hab's nie gewusst, dass ich nur was trinken wollte. Hast du gewusst was trinken? Ja, bruder, das wäre nice. Ja, genau. Cooler, wäre cooler. Das ist mein großer Schlamm. Ich finde Sie ein totaler Trufer. Was da überlaufen ist, weiter weiß ich nicht. Aber bemerkenswert, dass Sie hier sind. Was guckst du da?